So Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab, zu wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr. Haut rein, peace. Direkt Kratar als Thumbnail ist immer was Gutes, ich schwöre. Digger Memes, ich bin gespannt. Kratar als Thumbnail ist anders, Digga. Nein, also welche man älter als Thumbnail wäre nochmal krass. Ja, okay. Leute, kennt ihr das? Ihr wollt auf eurem privaten Parkplatz parken? Auf einmal... Aber nach eurem ist besetzt, oder was? Was war was, Freunde? Wir sind hier, Habaquil Grand Opening. Okay, sehr schön. Hey, guck mal. Was ist schon gut? Ich glaube nicht, dass die haben diese Musik getanzt haben. Digga, die haben wir den... Der hat sich ja raso, rasozial. ... ... Ich liebe Jungs, die Lockhart machen. Kennt ich. Jo, n***a! Kennt man, ne? Jungs, das muss jeder Junge hier kennen, ehrlich. Auch die Frauen. Aber Jungs, wenn das nicht kennt, ne? Ja, auch mehr, das kennt man. Jungs, ihr wisst selber, ne? Das ist nicht gewiss. Geh mal, ehrlich. Auf diesem Schild steht, bitte nur zwei Personen im Gang. Dabei besteht unsere Gang aus mehr als zwei Personen. Von den Fensterhebern... Von den Fensterhebern. Boah, Digga, ich schwöre auf alle... Egal was für... Ohne... Real Talk! Für kein Geld der Welt würde ich mit einem Tiger chillen. Für kein Geld, ne? Real Talk! Und ich sag, ich würde nicht! Und ich sag, ich will einen Tiger als Hostie haben. Ja, hol mal! Ich schwöre, ich würde gerne, aber ist ja in Deutschland nicht möglich. Digga, krankst du schon. Du kannst alles machen, glaub mir. Glaub mir, das ist heftig für mich. Ich schwöre auf alles, ich will keinen Tiger als Hostie. Wäre krass, wenn ich einen habe, dann musst du auch mit denen chillen. Digga, ne? Hä? Ich chill auch nicht mit dir. Ich chill auch nicht mit dir. Das geht nicht, Digga. Das will ich echt... Unbedingt, Alter. Digga, wenn du einen Tag vergisst... Wenn du eine Minute seine Mahlzeit nicht gibst, ne? Dann frisst dich auf einmal. So ein Ding, bitte. Hoffentlich nicht. Glaub mir, das ist safe. Man muss Liebe zu den Leuten. Nein, nein, da gibt's ja Liebe. Guck mal, das ist auch Liebe. Hä? Ja, der ist Liebe, weil der wurde gefüttert und so. Aber wenn er kein Futter bekommen hat, Digga, dann ist er nicht lieb. Und ich schwöre auf alles sogar. Tschüss. Und Bruder, wie war? Bruder, kommt. Seinen Vater bekommen. Valla? Spaß mit mir. Hier, was redest du? Sympathisch. Nein, Sympathisch. Ja, Bruder, Maschine. Hier Bruder, extra für dich ein Launch-Bescher. Hallo. Der hat kaputt gemacht, ehrlich, ja. Guck mal, wenn man als Türke einfach pissen geht, wird man einfach beleidigt. Als Geberit. Was soll das, Alter? Hm. 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 Ähm. Oh. Jo. Jo. Ich schwöre oft. Ja, ab und zu geben die einfach übergroße Pakete einfach, ne. Für kleine Produkte, die man bestellt hat. Ehrlich, kenn ich. Fühle ich. Ja. 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 Jo, Digga. Immer dieses E-Modi, was ich reinpasste. Ehrlich. Ich fahre jetzt zur Arbeit und eine Sache habe ich festgestellt. Das spielt absolut keine Rolle, welches Auto du hast. Aber es macht einfach mehr Spaß mit einem Porsche zur Arbeit zu fahren. Ueflex. Kann man mich in der letzten Reihe auch noch hören? Ja, ja. Stört aber nicht. Das ist ein echtes Lied. Ich bin ein wenig. 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 Ja. Ich bin ein wenig. Du kannst das nicht. Du bekommst von deiner Freundin eine PS5 geschenkt, Digga. Aus dem Nix. Auf Zeitzeichen oder einfach so? Einfach so. Aus dem Nix. Stabile Freundin. Stabile. Digga, wenn sie das macht, dann liebt sie dich wirklich 100%. Weil sie war aufmerksam und hat ihr Geld investiert um die eine PS5 zu holen. Und scheiße, dann liebt die dich jetzt! Dann musst du dich heiraten und scheiße! Leute! Ihr seid aber noch nicht! Ihr seid aber noch nicht! Wir sind jetzt nicht! Wir sind nicht! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Oh mein Gott. Ey, das ist BIEEEEIN! Ich habe das gesagt, ich habe das Strip. BIA, BIA, BIA! Das ist mir ein Trivia! Oh, 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 salve! Du, 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 du. Man sagt immer an sich glauben, Jungs, ehrlich Digga, aller Anfang ist schwer, Digga. Ja, das war ein bisschen lustig, Digga, ich kann immer noch auf jeden Fall drüber lachen, Digga. Unlustige Memes, aber ja, das waren auch gute, ne. Endo sehr wild, ne. Endo, seine Memes, Digga, die gehen immer durch, keine Ahnung was.